Eine Einzimmer-Erdgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Hagen-Mittelstadt. Die Wohnung wurde 1953 erbaut und wird über eine Gasetage nahezung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller. Die Erdgeschoss-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 32 m². Die Kaltmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 180 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.